Ja, Natalia, jetzt haben wir eine Schnupperprobe gehört, möchte ich von dir wissen, was muss man überhaupt mitnehmen, was muss man können, damit man bei den Swing Voices mitmachen kann? Aha, jetzt hast du mir schon Angst gemacht, was kommt jetzt? Ja, eigentlich nur mal unter der Dusche singen, das reicht schon. Unter der Dusche? Ja. Unter der Dusche. Also, die können hier gleich gehen, aber... Und was sonst noch? Die Liebe, natürlich, die Liebe zur Musik muss man mitbringen. Okay, und was noch? Ach, du bist ja so neugierig. Neugierig, musst du ein bisschen Werbung machen? Also gut, ehrlich. Man braucht ein gutes Rhythmusgefühl. Okay. Und alle meine Enten sollte man perfekt Ivan Freyth vorsingen können. Okay. Also habt ihr etwas vor, schöne Übeteile. Und den Rest lernt man eigentlich bei den Proben. Okay, und was lernt man sonst noch während der Probe? Ja, also, ich weiss nicht. Zum Beispiel ohne Dirigentin singen können. Ohne Dirigentin? Ja. Maestro? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017